So, Nachtstimmung, hier sind die Mini, hier ist unser Küchentrack, hier ist ein bisschen dicker ist hier, jawoll, so schaut das aus, hier sind die Side-by-Side, das dritte ist gerade auch ein Flieger, das kommt ja noch, so, Side-by-Side Yamaha, hier geht es dann weiter, hier ist das absolut beste Küchenteam, das es gibt auf dieser Welt hier, jawoll, da sind sie hier, so, hier sind unsere Buggys, also Mini-Buggys, und da im hinteren Bereich, da hinten, da sind dann die Audis, die warten auch noch auf zwei, kommen auch gleich mit dem Flieger noch an, so, hier wird die Service-Ecke gewesen, ein bisschen helles Licht, aber macht nichts, jawoll, so schaut die Sache aus, motivierte Männer, da kann nichts mehr passieren. Danke. So, hier wird es eine dritte FrageILL隊.